hallo liebe leute wieder eine folge fishing planet heute sind wir mal wieder am fluss der länge weil hier möchte ich ein paar von den neuen club series ködern testen und dazu habe ich mir diese zwei routen eingepackt einmal die rivers beer 230 ködergewicht von 3 bis 14 gramm da teste ich die kleinköder also die bis 14 gramm und dann geht es weiter mit der tetes 250 ködergewicht 14 bis 49 gramm also alle köder von 14 gramm aufwärts und da habe ich auch ein paar mit und zwar hier einmal den club series casting spoon 21 gramm den club series leuchtender holographischer blinker also auch ein casting spoon für die nacht 28 gramm denn den club series leuchtenden holographischen medium spoon 28 gramm den club series spoon 14 gramm also narrow spoon und dann geht es weiter mit den club series spinnerbait 14 gramm rote 20 und dann geht es los mit den barbless geschichten dann geht es weiter mit den club series barbless nanospoon 6 gramm und club series barbless narrowspoon 7 gramm das sind die köder die ich mit habe anfangen werde ich jetzt hier mit dem narrow spoon 7 gramm und den club series barbless spinner 14 gramm das sind die köder die ich mit habe anfangen werde ich jetzt hier mit dem narrow spoon 7 gramm und als nächstes kommt dann der club series barbless spinner 14 gramm rote 30 den habe ich jetzt auch schon in michigan getestet da lief der sehr gut da habe ich gleich mal wieder eine einzigartige bachborelle mit raus gezogen leider habe ich da kein video von habe ich einfach so mal getestet so gut fangen wir mal mit denen an so zur länge also hier an diesem spot der ganz rechts oben da vorne spawnt man und dann einfach hier runter gehen ist da wo hier das krass anfängt gehe ich immer und dann gucken wir mal ob wir hier ein paar arktische eschen fangen können mit dem nervös boom da weiß noch gleich was aber das ist keine esche oder nö ein aarland in troppi auch gleich erstmal ein troppi sehr schön so mag ich das gucken wir mal auf der seite die Vielen Dank. Auf der Seite will ich schon mal nichts beißen. Na, machen wir nochmal einen Test. Ein Wurf ist kein Wurf. Auf der Seite scheint wirklich nichts da zu sein im Moment. Okay, versuchen wir jetzt weiter rechts wieder. Gucken wir, ob wir da nochmal eine Esche ziehen hier. Ein bisschen weiter Richtung Stein. Da springen die Eschen. Und dann gucken wir uns mal an. dabei ist doch was wie ein dübel oder nase ok versuche ich mal mit dem spinner dieser route mit dem kleinen spinner und zwar den 6 gramm raute 10 partner gucken ob da eine schilder aufweisen sie dem ob tempo 1 6 gramm köder auf tempo 2 geht zu schnell nach oben die 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 Gibt es ja heute keine Eschen oder? Wie sehe ich das? Wenn gerade keine Eschen beißen wollen, versuchen wir was anderes. Nehmen wir die andere Route mit dem 14 Gramm Barpliss Spinappel 3.0 Haken. Versuchen wir von dahinten und gucken mal ob der Lenok beißt. Ups, das war zu weit. Nö, es kann nicht schon wieder zu weit gewesen sein. Unmöglich. Da ist es zu weit. Wenn ich da hinwerbe, kann nicht zu weit sein. Ich drücke immer so ab, dass er auch nicht über den kleinen schwarzen Strich da. Jetzt ist er nämlich zu kurz. Also. Ich drücke. Ich drücke. Jetzt können sie wieder zu kurz. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich bin auch hier auf Tempo 1. Selbst der 14 Gramm Köder geht so schnell hoch. Aber im Moment ist hier gar nichts zu Hause oder was? Nur der Hasel und der Arland und mein Ziel fischen ist hier keine Spur. Weder die Esche noch der Lenok. Er ist aber sehr weit links gelandet. Ich bin auch hier. 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 Wer weiß, was sie hier schon wieder geändert haben inzwischen. Vielleicht gibt es hier mittlerweile keine Lenoks mehr, weil hier zu viele gefangen wurden. Haben sie den Spot wieder geändert. Hier habe ich meine Trophies und einzigartigen Lenoks gezogen. Ah, aber nur ein Fehlbiss. 3 Nullerhacken kann nicht zu groß sein für die Lenoks. Wenn da 2 Kilo Bachborellen drauf beißen, dann werden da auch 2 Kilo Lenoks drauf beißen. Aber gut, vielleicht war der Kleiner nur 1 Kilo ein dick drüber vielleicht. Und dem war der 3er Haken ganz groß. Hat gleich wieder losgelassen. Dann probieren wir es nochmal. Dann probieren wir es nochmal. 2 kleine Fische und dann ist hier wieder Feierabend. Ganz merkwürdig ist das hier. 2 0 0 0 0 0 0 0 versuchen wir es noch mal mit der 1 also gute 1 und gucken noch mal wenn eine erste jetzt kann hier jetzt vielleicht da sind inzwischen und 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 Gibt es gar nicht. Haben die jetzt wirklich alte Gewässer versaut oder was? Egal wo man es probiert, es beißt kaum noch was, bis auf Afrika und sobald das neue Gewässer rauskommt, werden sie Afrika wahrscheinlich auch alles runter drosseln, damit man nicht schnell genug hochleveln kann, um an das neue Gewässer zu kommen, dass die Leute sich alle verzweifelt das DLC kaufen. Das machen sie schon seit ein paar Jahren so, immer beim neuen Gewässer. Wird das letzte Gewässer dann auch genervt, also alles runtergeschraubt, die ganzen Spornraten der Fische. Das sieht man ja schon an Amazonas, seitdem Afrika raus ist, läuft am Amazonas gar nichts mehr. Vorher lief das aber super, einer nach dem anderen gebissen, konnte man sogar Haie farmen. Das geht mittlerweile gar nicht mehr, wenn man Glück hat, beißen noch ein, zwei Haie am Tag. Und Arapani muss vielleicht zehn am Tag, mit ganz viel Glück. Aren Окje habt ihr die Redefeiert? Ganz genaueger? Absich rein earthen drauf. Hnhalt? Und wundersch sú ja gut? Unterschiedlich Lamborghini? Kack. Kack dazu. Sie haben sich erschein. Kack Dallaser der Meh comprendre zu秘 Electron haben. Ensignieren mich die Experts wiederum. Zum esperuch verdeких "-ٌpassen. Es ist inexpensive. haben wir eine in game stunde morgens probiert an dieser stelle und da will nichts beißen dann probieren wir jetzt eine andere stelle abend geht noch nicht 16 uhr dann probieren wir es mal hier wieso hat er die route das ist das so ein blödsinn ich habe extra zuletzt die route ausgewählt die wechselt einfach die route kommen wir denn dahin wenn das wenn jeder täte was er will irgendwie jeder gar nicht wenn ich den punkt hinziele und dahin wir für auch genau den schwarzen strich treffe dann kann er nicht zu weit gehen wenn ja dann ist das ein bug dann müssen sie wieder daran arbeiten haben sie schon wieder alles versaut hier und dann kann er nicht zu weit gehen ich denke mal mit der boot spitze da rein da wollte gerade was beißen nicht wieder weg driften hallo bleibt doch hier stehen meine ham aber auch hier will nichts beißen wollte ich gerade sagen doch scheint auch ein anständiger zu sein schon mal normaler lenoc auf den 14 gramm raute 3.0 den club series barbless spinner 14 gramm raute 3.0 ganz genau gucken ob er noch einen größeren erwischen hier beißen die lennox noch und na komm nimm ihn an was soll das rumgespiele ne ne der ist nicht wirklich jetzt vom haken der nimmt den fisch einfach nicht an und dann springt der fisch vom haken was das für eine verarschung hier also so langsam habe ich kein bock mehr auf fishing planet im das haben sie total kaputt gemacht das spiel der eben war größer das war bestimmt mindestens ein troppi und das boot treibt hier stecken dann nicht weg muss ich auch ändern hallo kommen die tasse drückt dann drücke ich die tasse und nicht umsonst hier bist hier bist hier bist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einmal wieder nicht. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen dichter ans Ufer. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen dichter ans Ufer. Viel bis. Schade. Schade, schade, Marmelade. Schade. Schade war gerade wieder die Stelle, wo es etwas flacher ist. Geh da wieder minimal ein bisschen abgesackt. Okay, dann nah am Ufer will im Moment nichts. Gehen wir nochmal da hinten hin. Auch nah am Ufer, aber ein bisschen weiter. Fluss aufwärts. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Fehlbiss. Im Moment nur noch Fehlbisse. Warum? 11 Ingenminuten noch, dann endet das Video. So, dann ist es schon wieder über 30 Minuten lang. Also für Lennox läuft der Köder ganz okay. Hervorragend kann ich noch nicht sagen, weil Einzigartiger hat nicht gebissen. Und das in der besten Beißzeit. Nur ein Trophy. Aber das ist auch immer Glückssache. Ich versuche es nochmal mit Tempo 2 statt Tempo 1. Ich versuche es nochmal mit Tempo 2 statt. Und das in den Grönlichmessen loaded. Und dann wird das deerkaoten. Ich versuche es nochmal mit Tempo 1st. Tempo 2 kommt noch nicht mal auf Fehlbiss, keine Attacke, aber ich probiere es nochmal. Geh noch ein Stück weiter hinten hin. Und da beißt was, auf Tempo 2. Da ist ein kleinerer, aber wieder ein Lenok, wie es aussieht. Ein Baby Lenok. Okay Leute, das soll es dann soweit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Video dann probiere ich die Castingspoons aus und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.